Wir wohnen in einer Mietwohnung. Wir wohnen in einer Mietwohnung. Unsere Wohnung hat drei Zimmer. Unsere Wohnung hat drei Zimmer. Wir zahlen pro Monat 800 Euro Miete. Wir zahlen pro Monat 800 Euro Miete. Wohnst du auch zur Miete? Wohnst du auch zur Miete? Ja, ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Ich zahle 500 Euro Miete. Ich zahle 500 Euro Miete. Warum kaufst du die Wohnung nicht? Warum kaufst du die Wohnung nicht? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Die Wohnung ist zu teuer. Wohnst du in einer Mietwohnung? 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 Untertitelung des ZDF, 2020